. Sind Sie von der Polizei? Nein, nein, wir sind von der Müllabfuhr. Grüßt. Stehen bleiben, haben wir gesagt. War ein Schuss? Riedl, das ist eine Katastrophe. Du kannst doch nicht einfach da den Beweismittel zusammenfressen. Der Lauf hat auf dem Boden! Ich meine, er muss ja mit dem Gesindel aufräumen. So, du Zipfel. Zugriff. Was? Ach so, Zugriff. Der stellt sich aber schon saudum an, oder? Die haben ein Motiv und kein Alibi. Das ist eine rechte Scheißkombination. Grüß Gott, Führerschein, Fahrzeugschein! Was macht er denn da? Er nimmt Twitter-Hung auf. Ihr zwei, jetzt saugt's doch die Luft komplett woanders an, oder? Was? Das war eine Feststellung, keine Frage. Ist nicht blieb! Warum sagst du das jetzt? Was bist denn du für ein Anschlag-Informat? Krutze, fix nur, meine wilde Dämpfen, stehen wir da! Wagen 3 an Zentrale! Wagen 3! Da haben wir genau einen Wagen, da sind wir Wagen 3! Aufgewachsen bin ich in einer märchenhaften Landschaft. In einem märchenhaften Haus. Kann ich Ihnen helfen? Ich bin das neue Kindermädchen. Agathe, gib ihr eine Chance!